Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder Star Wars Battlefront und zwar hier in der Rebellenbasis, Echo Basis, wie auch immer sie heißt, auf der Hoth, auf dem Hothplaneten und ja, wir spielen hier den Modus Gefecht und sind das Imperium, also einfach nur Kills machen, stupide. Ist ja auch mal ganz schön irgendwie so als Abwechslung, nicht immer hier irgendwo groß den Dingern hinterherjagen, den Zielen, den exakten, sondern einfach mal so ein bisschen stupide hier, boah, sind da viele, wollen wir mal ein bisschen stupide hier die Sachen erfüllen. So, ich hab natürlich wieder meinen Loadout ein bisschen rumgeswitcht hier und hab ein recht defensives Loadout genommen, soll heißen, ich hab die Bacta-Bombe dabei und bin tot, ah, und, äh, die Störung. Damit läuft's auf jeden Fall, hier ist Out of Bounds, okay. Die Map kommt hier tatsächlich sehr selten, wie ich finde, das ist mir immer aufgefallen hier. Guck dir den an, ey, hier hinter am X-Wing sitzen. So einer bist du also. Heile euch, Leute, ich heile euch. Was? Oh, ja, okay. Das war nix, das war nix, aber es war auch dumm, da den Nahkampf auszupacken, also den, den Heap. Hier liegen ja viele Dinger rum, viele Power-Ups, das ist sehr schön. Auch meins. He, 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 ha, 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 ho, ho, ho. Hier ist noch eins, Kollege, das nehm ich dir schon nicht weg, brauchst keine Angst haben. So, ich seh grad gar keinen Gegner, ich folg hier mal den Hunden, den Roten. Ah, da unten war einer, ich hab ihn gesehen, ja. Das war ja auch wieder super schlau. Aber hat trotzdem irgendwie gereicht. Wie hat denn der mich eigentlich die ganze Zeit nicht treffen können? Wie spät ich das auch gepeilt hab, dass der hinter mir ist, ne? Das ist nicht mehr normal. So, hier natürlich der schicke Millennium-Falken. Aber naja, das ist auch nur so zur Nebensache. Hopp, springen wir ein Stück hier nach vorne. Die sind hier irgendwie immer nur in diesen Gängen drin. Wow, was hat der sich denn, was hat der sich denn gedacht? Nein, ich wollte dich doch heilen. Da kommt man übrigens auch so hoch und so rüber, aber gut, jetzt anscheinend nicht. Ich hab irgendwie so den Eindruck, ich krieg hier nur Assists, aber könnte auch mich auch irren. Den krieg ich jetzt auf jeden Fall. Tja, und das war's ja auch schon wieder. So, ich heil euch wieder mal, Leute. Aber wir dominieren hier grad schon ganz schön stark, muss ich sagen. Na ja, komm, geh jetzt wieder in den engen Gang rein und bist wahrscheinlich hier wieder totgecampt. Ne, der hat mich nicht getroffen. Hier war auch noch einer. Oha, da sind jetzt nicht nur einer. Aber wenn die alle reinpushen hier. Wie wir die ja platt machen, Jungs! So soll das aussehen, der Sturm hier auf die Rebellenbasis. Genauso war's im Film und so läuft's hier auch nochmal. Na, Jungs, so ist es. Bam, ins Gesicht gehauen hier. Dem ollen Solustianer. Was macht der hier überhaupt? Der will doch einen feurigen Planeten haben und hier nicht so eine kalte Basis. Aber wir fühlen gar nicht mal so krass, ne, muss man sagen. Ich hätte gedacht, das läuft irgendwie ein bisschen besser. Oh, da war gar keiner. Immer wenn hier so viele Leute um mich rumstehen, immer gleich mal die Heilung draufklatschen. Also wirklich für den Modus wahrscheinlich mit eines der besten Loadouts, die man so nehmen kann. Oder allgemein, wenn man nicht sehr, also sehr auf Stats und so spielt. Das erfasst er nicht. Die Dinger sind echt stark, da muss man aufpassen. So, gleich wieder nach vorne hier zum nächsten Punkt, wo recht viel angezeigt wird. Ich hoffe mal, da sind welche. Wo der Implow da rauf geht. Ne. Na, komm, wir gleich wieder heilen. Na, den sieht man auch schlecht. Schlecht, aber nicht nicht. Da kommen wieder welche. Ach, verdammter Mist. Einfach die Random Granate hat mich da getötet. Naja, kann man nicht immer verhindern, ne? Ich habe ja jetzt bis jetzt nicht viele Tode, oder? Fünf. Geht doch voll klar. Zack, wieder alle heilen hier. Ah, die liegen natürlich wieder so gut, die Granate von dem. Warum liegen die immer so gut? Bleibe ich hier kurz stehen. Ah, wir haben Oberwasser. Das ist doch super. Da sind noch mehr, bin ich mir sicher. Ah. Zack. Die Waffe ist natürlich auch super. So kann man nicht sagen gegen. Wirklich schon eins der OP-eren Loadouts, die man hier hat, die ich hier habe. Aber das ist doch einfach gemein, dass der jetzt einfach geschockt wurde. Obwohl er gar nichts dafür kann. Den habe ich nicht kommen sehen. Der hätte mich doch aber auch so erschießen können, oder? Ich denke schon. Peng. Das coole Roboter hier. Die sehen echt geil aus, ne? Wo ist denn der? Hast du den geholt? Ich bin verwirrt. Kann natürlich auch hier hoch. Das ist natürlich eine ganz coole Position irgendwo. Aber nicht cool, wenn hier wieder nur Granatenhöfe gegenfliegen. Ach, guck dir mal an, wie sie da alle rumgammeln in dem Gang. Das bringt dir nicht wirklich was, sich hier einzubunkern. Besonders wenn ich mit Störungen spiele, ist das natürlich ein großer Vorteil für mich im Endeffekt. Hier ist auch irgendwo ein Gegner. Noch links von mir. Ja, da. Nein, die liegt so gut, die Granate. Ach, ich werde hier echt... Wie viele Tore habe ich durch random Granaten, die durch die Gegend geflogen sind hier? Und wie viele habe ich durch echtes Sterben? Das ist auch mal so eine Frage, ne? Eine Frage, die keine Antwort bedingt. Heißt das so? Ich glaube. So, gleich vorbei hier. Jetzt kommt schon diese Endsequenz-Musik. Da unten ist einer. Was heißt einer? Da sind mehrere. Oh, diese Granaten-Gespamme hier. Uiuiui, da waren wieder viel zu viele um mich rum und... Irgendwie wollte ich das Power-Up. Warum auch immer, das ist vollkommen dämlich gewesen. Ich würde ganz gerne noch einen Kill machen, ganz ehrlich. Wenigstens ein Assist, komm. Schade, keinen Kill mehr gekriegt. Aber egal, das ist der Sieg. Und wir haben 27 zu 9. Das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen, oder? Ich meine, besonders durch die ganzen Granaten-Kills. Naja, was soll's. Gut, wir sehen uns gleich nach dem Cut. Bis dann. Und gleich nochmal Gefecht. Aber diesmal hier auf dem Goa-Sön-Ödland. Also auf einer Jakku-Map. Und wir sind wieder das galaktische Imperium. Alles klar, hier. Diesen Skin gibt's übrigens neu. Beziehungsweise der wurde umgeändert von dem Imperator-Skins hier. Von dem Ehrenwachen wurde der hier zu so einem normalen Skin umgewandelt. Aber den versuchen wir natürlich auch nochmal freizuschalten. Irgendwann zu gegebener Zeit. Ich hab immer auch noch nicht diesen Shadow Trooper. Den müsste ich mir auch noch besorgen. Also den, der vor mir rumläuft. Und daher können wir... Oh, das war ja lucky. Auch wieder so eine lucky Granate von irgendwem. Wahrscheinlich von meinem Kumpel hier. Das ist natürlich super. So eine intelligente Rakete. Wie kriegt der hier aufs Gesicht gedrückt? Der Kollege, der Arme. Ah. Oh, das sind gleich mehrere. Nein! Ich war schon in der Sprung. Ich hab mal das vielleicht noch gehört. Ich hab noch versucht, das Jetpack zu aktivieren, um hochzufliegen. Aber das war auf Cooldown ganz offensichtlich. Und wieder läuft's so, ne? Wieder läuft's wie eben's. Immer diese Granaten-Kills auf mich. Ich weiß, es gibt ein Merkmal, das verringert den Explosionsschaden und so. Aber das dafür extra reinzunehmen, so... Aber dahinter auch keiner. Und hier kommt einer angeflogen. So ein Typ von der Wolkenstadt auch noch. Da hab ich jetzt aber ein bisschen gepanickt hier. Ist auch ein bisschen schwer, was zu erkennen, wenn die alle mit ihrem Superschuss rumschießen. Mit ihrem Explosive-Schuss. Na los, das Schild muss brechen. Verdammt. Den verfolgen wir bis zum bitteren Ende, ha? So, Gefecht natürlich hier einfach wieder nur stupide rumlaufen, rumballern. Deswegen hier nicht unbedingt großartig schlau handeln. Das heißt schlau handeln. Natürlich schlau handeln, aber nicht großartig irgendwie taktisch vorgehen, sondern eher hier wie er hier. Sorry, Mann, aber der lief mir so schön entgegen. Den musste ich doch einfach mitnehmen, oder? Ah, den zu treffen ist recht schwer. Den eher nicht. Ah, den haben wir noch voll gestealt, ey. Komm, dafür kriegst du auch eine Healung. Das tut mir echt leid. Na, auf der Distanz ist es ein bisschen schwierig mit meiner Waffe hier. Aber nicht unmöglich. Ich hol mir erstmal hier das Power-Up wieder. Vielleicht nochmal so eine coole, intelligente Rakete oder sowas. Ne. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber da bin ich doch lieber weggesprungen. Also, bis jetzt läuft es wieder sehr gut. Ich heile dich, Kollege. Jawohl. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da waren einfach zu viele. Da konnte ich auch nicht mehr... nichts mehr retten. Oh, das ist super hier. Oh, da hat mich ein Sniper gesehen. Hier, ganz offensichtlich. Warten wir hier kurz. Ah, Kamera, komm. Zeigt mir all die Geheimnisse. Kamera. Ne, hier nehmen wir mal ein bisschen Deckung und springen hier wieder hoch. Denn da liegt mir doch das nächste Power-Up. Kann man doch auch gleich wieder benutzen, ha? Noch einer davon. Ja, gut. Ich glaube, leider ist es so, dass der kaputt geht, wenn ich den direkt wieder stelle. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Na, was sind denn das hier für Rotz-Power-Ups, die ich gekriegt? Das ist doch mal was, was zu gebrauchen ist. Das ist doch sehr schön. Das legen wir nämlich einfach hier drunter. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Tut mir immer so ein bisschen leid für die Leute, wenn sie dann wirklich so knapp verlieren. Aber wenn mir das passiert, hat wahrscheinlich auch keiner Mitleid mit mir. Von daher. Komm, gehen wir mal ein bisschen risky hier rein. Alles klar. Die sind alle tot. Oder auch nicht. Oh, ich bin da festgehangen. An dem Rohr. Ich habe eigentlich gerollt. Aber naja. Noch führen wir ja ganz schön gut. Aber die scheinen mir da alle in der Höhle jetzt zu campen. Ich habe schon gesehen, wie ich da wieder direkt sterbe. Ja, das ist auch ein bisschen blöde jetzt irgendwie wirklich, wenn die da wirklich nur drin rumcampen. Also an sich, was wir eigentlich jetzt machen sollten, weil wir im Vorstand sind, im Vorstand, ja genau, in Führung liegen, ist natürlich einfach jetzt draußen zu warten. Ich meine, die müssen rauskommen, um zu gewinnen. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt stürmen, um hier reinzukommen. Oder wie auch immer. Aber... Der hat den verschossen. Kann ich auch, Kollege. So, die Höhle wurde wohl gesäubert, so wie es aussieht. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jetzt vielleicht sammeln sie sich jetzt nicht nochmal irgendwo in der Höhle wie so feige Rebellen. Ah, die kommen schon wieder da hingelaufen, auf jeden Fall. Ah, von wo wurde ich beschossen? Von hier? Ist irgendwo ein Gegner. Da ist er doch. Ich habe ihn viel zu spät gesehen. Ah, irgendwie will ich hier auch ein bisschen Action haben und nicht nur so rumstehen die ganze Zeit, wie die das machen irgendwie. Weiß ich nicht. Hier steht er immer noch am gleichen Ort. Jetzt sind sie hier am rumcampen. Nervig, sowas. Kommen wir ja gar nicht mehr zu irgendwelchen Kämpfen hin. Na, war hier nicht noch einer? Ist der schon down? Sieht mir so aus. Gut, ich heile uns mal, Leute. Einfach mir hinterher. Oh, jetzt campen sie da oben hier mit ihrem Geschütz auch noch Unterstützung. Das hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Leider reicht es nicht. Die sind 30 Kills im Nachteil. Na, wo ist er denn? Ich habe den doch gehittet. Kein Assist bekommen? Na gut. So, wir haben schon richtig viele Punkte hier. Den haben wir auch. Oh, weg, 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 weg. Das nehme ich mal an mich. Wie viel gibt es denn noch? Einen Kill nur noch. Ich schneide es hier einfach über die Map. Oh, ich habe irgendwas getroffen, oder? Wenn er gelb wird. Schade. Aber ich meine, ich habe was getroffen. Na gut, was haben wir denn für Stats 21 zu 6? Das lässt sich ja auch wieder sehen. Wie gesagt, liegt größtenteils am Loadout. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020